Mit dem Ausstattungsset Russischer Veteran kannst du deinen inneren Russen rauslassen. Das Set kostet in meiner Vorab-Version, die ich hier spielen darf, 700 Ghost Coins. In der finalen Version kann sich der Preis ändern, wie gesagt, ist nur der Preis unter Vorbehalt. Das Set Russischer Veteran besteht aus drei Teilen. Der Weste Cestrik M23, dem Oberteil ärmelloses Talnyashka und dem russischen Fallschirmjäger Berrett. Mit Ausnahme der Weste können die Farben des Sets nicht angepasst werden. Das Berrett bleibt blau und das Talnyashka bleibt blau-weiß. Gut, was anderes würde auch keinen wirklichen Sinn machen, aber es sei der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Die Weste kommt auch ohne besonders ausgewählte Farbe mit russisch-digitaler Tarnung daher. Kann aber dennoch angepasst werden, auch mit der russischen digitalen Tarnung, die dann die Weste allgemein etwas dunkler macht. Die Tarnung aber halt entsprechend nicht ändert, weil russisch-digital ist halt russisch-digital. Aber ich muss ganz eindeutig sagen, mir persönlich gefällt die Ausrüstung auch so in den Standardfarben am besten. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Oder Пока. Uvidimschen.